Herzlich willkommen zum zweiten Part des VSE Tutorials. Falls ihr den ersten Part noch nicht gesehen habt, klickt einfach oben rechts im Video, beziehungsweise für mobile Nutzer ist der auch in der Beschreibung verlinkt. Heute schauen wir uns einfache Überblendungen und Effekte an, sowie die Beeinflussung dieser über Keyframes. Es gibt an sich mehrere verschiedene Möglichkeiten, Überblendungen zu machen. Die einfachste Möglichkeit ist, es zwei Videostrips auszuwählen und über Shift plus A einen neuen Effekt hinzuzufügen. Für das Überblenden an sich gibt es drei Effekte, die das Ganze für einen übernehmen. Wenn wir von oben nach unten durchgehen, ist der erste, den wir uns anschauen, der Cross-Effekt. Das ist ein sehr klassischer Effekt zum Überblenden und nimmt das erste Video und lässt es langsam transparent werden, während hinter dem Video dann das zweite Video liegt und so langsam zum Vorschein kommt. Um diesen Effekt jetzt hinzuzufügen, wählen wir beide Strips aus und fügen diesen über Shift plus A, Cross, dann diesen Effekt an. Jetzt sieht man so ziemlich noch nichts, das liegt daran, dass der Effekt noch zwischen den beiden Strips liegt. Ziehen wir jetzt einen oder beide Strips etwas kürzer, verlängert sich auch der Effekt und man kann ihn endlich sehen. Die zweite Möglichkeit ist es, beide Strips direkt schon ein bisschen zu überlagern auf verschiedenen Channeln und dann den Effekt hinzuzufügen. Dies ist meine persönlich favorisierte Methode, aber besser oder schlechter als die vorherige ist diese jetzt nicht. Es wird lediglich ein anderer Ansatz verfolgt. Jetzt schauen wir auch wieder in die Einstellungen des Effektes hinein. Angefangen wieder bei dem Namen und dem Blendtyp. Die Blendtypen werden wir aber erst im nächsten Part anschauen, da diese wieder tiefer in die Materie hineingehen, als ich jetzt möchte. Dann haben wir die Effektstrip-Einstellung. Wenn wir den Haken bei Default Fade jetzt wegnehmen, haben wir erstmal den Übergang uns selbst zerstört, aber haben jetzt die Möglichkeit, den Übergang so anzupassen, wie wir möchten. Vorher ist aber noch der Hinweis, wenn der Effekt falsch herum abläuft, beziehungsweise nicht das macht, was er soll, dann einfach in den Filtereinstellungen Backwards anhaken. Und wieder zurück zu den Effekt-Fader. Wenn wir jetzt an diesen herumspielen, sehen wir, wie dieser den Übergang an sich beeinflusst. Ein Wert von 0 bedeutet, dass das erste Bild zu 100% zu sehen ist und ein Wert von 0,5 bedeutet, dass der Effekt halb rum ist und schon das zweite Video im Hintergrund zu sehen ist. Leider ist unser Effekt aber immer noch nicht immer selbstständig, da wir den Default-Feld deaktiviert haben, also helfen wir dort ganz einfach nach. Und zwar gehen wir auf den ersten Frame unseres Effektes und geben bei dem Federwert 1 ein. Und dann drücken wir die I-Taste, während wir mit der Maus noch über diesem Feld sind. Damit haben wir jetzt ein Keyframe erstellt. Keyframes an sich beinhalten grob gesagt Werte für einen Frame, wie zum Beispiel die Position eines Objektes in einem dreidimensionalen Raum oder wie in unserem Fall eines x-beliebigen Wertes. Zwischen zwei Keyframes kann Blender von sich aus jetzt für jeden Frame selbst Werte berechnen, die das Objekt zum Beispiel von Keyframe A nach Keyframe B gleichzeitig bewegen lassen, anstatt es auf einmal an die neue Position zu teleportieren. Klarer wird einem das, wenn wir jetzt am Ende des Effektes den Fader auf den Wert 0 setzen und wieder einen Keyframe setzen. Damit haben wir gerade den Standard-Feld rekonstruiert, aber können jetzt dadurch auch nachvollziehen, wie Keyframes funktionieren. Denn wenn wir jetzt einen beliebigen Punkt zwischen den beiden Keyframes anwählen, hat dieser einen von Blender errechneten Wert bekommen, der sanftes Hingleiten von dem Wert 1 zu dem Wert 0 sicherstellt. Wenn wir jetzt auch noch in den Graph-Editor hereinzoomen, an die Stelle, wo wir unsere Keyframes gesetzt haben, sehen wir eine Kurve, die den Verlauf unseres Feldwertes darstellt. Wir können jetzt auch an den Punkten anfassen und ein bisschen rumspielen, um die Form der Kurve zu verändern. Solange die Kurve nicht über 1 oder unter 0 geht, ist alles im grünen Bereich und wird richtig dargestellt. Jetzt gibt es aber Leute, die keine Kurven wollen, sondern eine Gerade. Und das geht ganz einfach, indem wir die Interpolation über Key, Interpolation Mode, Linear, Gerade stellen. Standardmäßig wird Blender immer eine Bezier-Curve, also das langsame Einsteigen und langsame Abflachen des Wertes erstellen. Im Normalfall ist das ganz okay, aber jeder kann das natürlich nach Beliebigen anpassen. Keyframes kann man nicht nur am Anfang und Ende eines Strips einführen, sondern auch in jedem Frame dazwischen. Und damit kann man dann auch eine Blende erstellen, die in der Hälfte nochmal zum ersten Video wechselt, bevor sie dann schnell in das zweite blendet oder eben alles, was man sich denken kann. Das war auch schon die ganze Magie hinter den Keyframes. Ihr könnt sie überall benutzen, wo ihr wollt, um zum Beispiel den Sound am Anfang eher stumm zu haben und dann einsteigen zu lassen auf normale Lautstärke. Oder um ein Bild die ganze Zeit drehen zu lassen oder was auch immer in eurem kranken Kopf vorgeht. Jetzt können wir uns die nächste Überblendung ansehen, nämlich das Gamma-Cross. Der macht so ziemlich, wenn nicht sogar genau das gleiche wie der normale Cross-Effekt, nur benutzt er intern eine Art Farbkorrektur, die das Ganze ansehnlicher macht als den normalen Cross-Effekt. Im Umkehrschluss benötigt dieser aber auch mehr Rechenleistung, aber im normalen Fall sollte man den immer wählen anstatt den normalen Cross-Effekt, da das extra an Leistung nur marginal ist. Dann gehen wir auch zum letzten Effekt über und das ist der Wipe-Effekt. Und der ist der interessanteste von allen. Einfügen tun wir den so wie die anderen beiden Effekte auch und wenn wir den jetzt einmal abspielen lassen, dann sehen wir, wie das Bild von oben nach unten durch das Neue ersetzt wird. In den Strip-Einstellungen ist alles wie immer, außer dass wir jetzt eine Transition auswählen können. Die Transition ist die Überblendung an sich und wir haben dort vier verschiedene Modi zur Auswahl. Single ist der Standard-Effekt von oben nach unten, Iris ist eine Kreisform von innen nach außen, Double ist von Mitte aus in beide Richtungen gleichzeitig und Clock ist in Uhrzeigerrichtung. Da drunter haben wir dann die Direction, also die Richtung des Effektes. Damit können wir sagen, wie aufgeblendet werden soll. Bei der Iris zum Beispiel von innen nach außen oder eben von außen nach innen. Dann haben wir da drunter die Blur-Wriff und diese lässt uns die Blende an den Übergängen mit den anderen Strip vermischen, damit weiche Kanten entstehen. Diese Einstellung kostet aber auch einiges an Rechenleistung wieder, lohnt sich aber dafür auch. Wenn wir als Überblendung Single oder Double ausgewählt haben, können wir auch den Angle, also den Winkel, einstellen, aus dem aufgeblendet werden soll. Das war es auch mit den Standard-Überblend-Effekten, aber ich zeige euch auch noch schnell den bekannten Fade-to-Black bzw. den Fade-to-White-Effekt. Dafür wählen wir kurz vor Ende eines Strips einen Frame an und setzen einen Keyframe bei der Transparenz und gehen dann zum letzten Frame des Strips und setzen dort die Transparenz auf 0 und erstellen einen neuen Keyframe. Jetzt erstellen wir in dem durch Keyframe abgesteckten Bereich einen einen Colour-Effekt und lassen den auf schwarz. Dann stellen wir bei dem Blend-Typ diesen auf Alpha-Under und schon haben wir eine Fade-to-Black-Animation. Alternativ geht das Ganze auch mit Weiß, in dem der Colour-Effekt in den Einstellungen einfach auf Weiß gesetzt wird. Falls ihr euren Colour-Effekt unter dem Videostrip habt, müsst ihr dann den Colour-Strip keinen anderen Wert geben, sondern den Videostrip einen Blend-Wert von entweder Over-Drop oder Alpha-Over geben, da Cross keine Transparenz direkt erlaubt. Aber genau hier hört dieser etwas kürzere Part auf, denn die Blend-Typen besprechen wir alle in dem nächsten Video und dort drin dann auch alle restlichen Effekte. Also haut rein und bis zum nächsten Mal. und hier ist es eine Lok-Under-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left-Left. Vielen Dank.